Vor über drei Jahren erhielten wir ein Notsignal. Die vier Forscher und Ingenieur der Black Tree One, ein Raumschiff der Black Tree Space Company, im Auftrag von Fixit, reiste über drei Jahre durch den Weltraum, um neue Planeten zu entdecken, um Ressourcen zu finden und neue Technologien für die Menschen auf der Erde zu entwickeln. Vor kurzem ist die Besatzung der Black Tree Two, das umgerüstete Rettungsschiff, auf dem Planeten angekommen. Die Rettungsmissionen lief vier Jahre, bis die Black Tree Two den unbekannten Planeten erreicht hatte. Was diese dort vorgefunden hatten, war nicht zu glauben. Bis aktuell konnte die Crew der Black Tree One nicht gefunden werden. Dies sind ihre übermittelten und gespeicherten Aufnahmen und Daten der Black Tree One Crew, veröffentlicht von Black Tree Space Company und Fixit. Oh, heiß, heiß, heiß. Oh, geht schon los. Black Tree One Logbuch Eintrag Tag 1125. Commander Phil Black Tree. Ja, Crew geht es gut. Sie sind alle gut gelaunt. Wir hoffen auf eine baldige Landung auf einem geeigneten Planeten. Alle Systeme laufen, nur die Toilette macht gerade Probleme. Beziehungsweise die Toilette eigentlich nicht, sondern das, was drin ist. Wer es war, finden Sie im System lockt. Commander Ende. Ups. Black Tree One Logbuch Eintrag Tag 1126. Commander Phil Black Tree. Uns der Crew geht es soweit gut. Ich habe heute eine Stunde auf der wieder funktionierenden Toilette verbracht. Es gab Nudeln mit Käsesüßen zum Mittag. Faszinierend. Systemcheck erfolgreich. In der Crewsitzung am Nachmittag wurden beschlossen, den Booster zu aktivieren, um schneller zu dem neu entdeckten und ca. 15.000 Kilometer entfernten unbekannten Planeten zu gelangen. Aktivierung erfolgt gegen 21 Sekunden automatisch. Commander Ende. Black Tree One Logbuch Eintrag Tag 1127. Commander Phil Black Tree. Es gibt mehrere technische Probleme mit dem Reaktor. Die Crew arbeitet mit Hochdruck, um die Probleme zu beseitigen. Wir gehen davon aus, dass der Booster die Probleme hervorgerufen hat. Ein Problem ist, dass sich diese aktuell nicht deaktivieren lässt. Aber wir schaffen das. Das für mich und die Crew größere Problem ist, dass die Kaffeemaschine bei einer kleinen Explosion und deren Erschütterung runtergefallen und kaputt gegangen ist. Und das war schon die Ersatzmaschine, da die erste verkalkt ist und wir vergessen haben, Entkalker einzupacken. Commander Ende. Black Tree One Logbuch Eintrag Tag 1131. Scheißegal. Commander Phil Black Tree. Schweren wir gegen die Probleme mit dem Reaktor. Wir stehen kurz vor der Butterschmelze. Äh, Kernschmelze. Wir geben das Schiff auf und besetzen die Rettungskapseln. Wir sind noch ca. 3000 Kilometer vom neuen Planeten entfernt und die Devikationsdaten für eine Landung wurden einprogrammiert. Notrufsignal wurde abgesetzt und ganz schnell noch Black Tree Gaming abonniert. Commander Ende. Oh, Fall die Verdolzer. Ach, geschafft. Atmospheric Entry in 5, 4, 3, 2, 1. Planetfall Procedure. Oh, Scheiße. Oh, da ist mir aber keine Südchen lieber, Mann. Oh, verdammt. Oh, Scheiße. Ich bin der Planetfall kaputt. Please ensure the integrity of your multi-purpose exploration suit is at 100%. Remember, efficiency first. Godspeed. Scheiße Sand. Da wird sich Offizier Achim aber nicht freuen. Scheiße Sand.